Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Nightfall. Wir sind jetzt mittlerweile hier auf Route 100... Was heisst 100? Auf Route 38. Und hier wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Habt ihr einen Schrei gehört? Wow. Einen Miltank sind wir schon mal begegnet, wollte ich sagen. Und da sind noch ganz viele andere Miltank. Route 39, ja ja. Da unten hab ich was gesehen. Blutzuck. Blutzuck, komm her. Blutzuck. Nein, shit. Äh. Christa stand im Weg, habt ihr es gesehen? Na. Oh, fuck. Aprikoko, brauche ich ihn nicht. Oh, Christa. Unsere bekannte Milch, ja ja. Gehen wir erstmal in den Stall. Erstmal das Deko-Ding mitnehmen. Langer Tisch. Quer. Hm, kann man einfach so mitnehmen. Da ist ein Karpador. Das ist Karpi. Millas Lieblingsspielzeug. Bitte nimm es ihr nicht weg. Okay. Hallo. Der Ruf von ihr ist schwach. Milla ist krank. Es braucht dringend eine Medizin. Rede bitte mit meinem Papa. Er ist im Haus nebenan. Oh, nicht, dass ich dieser Kuh jetzt Beeren mitbringen muss. Die brauche ich selber für mein Vivi. Hallo Typ. Oh, hallo. Sie sind darüber nicht erschrocken, dass hier jemand einfach so reingekommen ist? Nein. Nein. Die Streuner kommen hier nicht mehr auf die Farm. Hm? Stimmt. Auf der Farm gibt es keinen Infizierten. Oder Streuner. Was ist hier eigentlich passiert? Die Streuner haben unsere Milchdanks angegriffen. Unsere Farm ist fast ruiniert. Ich musste die befallenden Milchdanks leider abschlachten. Und als ich ihre Kadaver wegschleppen wollte, habe ich bemerkt, dass keine Streuner mehr hierher kommen, solange die Kadaver am Eingang liegen. Die Streuner scheinen dadurch das Interesse an der Farm zu verlieren. Das ist gut. So sind wir sicher. Deswegen steht die Haustür offen, weißt du? Ach so, verstehe. Interessant, dass du erfahren. Tja, in der Hinsicht haben wir keine Probleme. Allerdings gibt es da dennoch eines. Drüben haben wir noch einen Lebensmehl-Tank. Es wurde durch den Angriff verschont, weil es krank ist und zu diesem Zeitpunkt im Stall war. Tja, ich würde sagen, Glück im Unglück. Kann man wohl sagen. Aber es ist immer noch krank und sehr schwach. Wir brauchen es. Meine kleine Tochter Casey passt gerade auf das Milchdank auf. Du musst wissen, unsere Kumu-Milch ist sehr gesund und stärkt. Okay. Wie könnte man das Milchdank behandeln? Mit einem Trank? Nein, das würde nichts bringen. Durch eine Schwester Joy oder einen anderen Arzt? Nein, auch nicht. Ich weiss, was Milchdank hat und was Milchdank braucht. Wir behalten unsere Milchdank schon seit Jahren selber. Milchdank braucht nur ein wenig Medizin. Medizin, hä? Aber die bekommen wir nur außerhalb. Hey, warte mal. Du kommst doch von außerhalb, oder? Ähm, ja. Kannst du... Kannst du uns bitte helfen? Ich würde dir auch etwas Spezielles geben. Aber ich gebe dir... Es auch wirklich nur, wenn du uns geholfen hast. Du weißt schon, Vertrauen ist gut, aber... Ja, verstehe. Ähm, natürlich. Medizin sammeln. Ähm, ja klar. Wieso nicht? Ich bin ja ein großer Pokémon-Freund und helfe sowieso gerne. Oh, das ist sehr lieb von dir, junge Dame. Ich sage dir, was du sammeln musst. Immer wenn wir unsere Milchdanks behandelt haben, haben wir Baumwurzeln von den Obstbäumen verwendet. Diese Obstbäume kennst du wahrscheinlich als Aprikokobäume. Es steht einer gleich neben unserem Haus. So weißt du wenigstens, wie sie aussehen. Wenn du fünf Baumwurzeln gesammelt hast, kommst du wieder zu mir und gibst sie mir. Außerdem benötigen wir eine einzige Beere. Ich kann dann etwas zubereiten, das unser Milchdank wieder schnell auf die Beine bringt. Alles klar. Ich melde mich dann nochmal. Danke dir. Vielen Dank. Shit. Jetzt brauchen die auch noch eine Beere. Baumwurzel. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal den kompletten Weg zurück. Oh fuck, jetzt sind da wieder welche. Geh mir aus dem Weg. Geh mir alle aus dem Weg hier. Komm hoch, ich bin bereit. Und stirb. So, nimm mir hier die Baumwurzel mit. Bums. Oh, beinahe wieder hängen geblieben. Das war nicht so gut. Da ist nix und da ist nix und da ist nix. Okay, aber ganz zu Beginn haben wir ja ein Aprikoko gesehen. Beeren. Ich muss daran denken. Oh, ein Myrapla. Ich muss immer daran denken, wenn ein Tag vergangen ist, dass ich quasi zurückgehe, um meine... Oh fuck. Um meine Beere zu ernten. An meinem tollen, tollen Beerenbaum. Das Item ist... Oh shit. Das Item ist der Wahnsinn. Ey, Knopf... Bibi trifft Bützer, danke. Na? Ja, ihr müsst wissen, ich spiele das Ganze mit Tapsatour. Und ich glaube, wenn ich das mit dem Gamepad spielen würde, wäre das Ganze viel leichter. Aber ich habe jetzt damit angefangen, also werde ich es auch so zu Ende bringen. Eine und zwei und drei. Und damit haben wir fünf. Habe ich das Zeug zum Inventar? Ja. Die Baumwurzeln helfen Militanks Gesundheit. Sammle fünf von ihnen und bringe sie zurück zur Farm. Ich habe auch noch genau eine Beere. Wie wir 15 KP. Das sollte eigentlich für den Moment reichen. Aber das ist meine letzte Beere, verdammt. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Tolles. Wer weiß. Könnte ja sein. Ja, ich greife weiterhin ein bisschen fröhlich an. Warum? Weil wir kriegen ja irgendwann eine Errungenschaft. Die könnte ich mir nochmal ansehen eigentlich. Griffeldinger. Zehn Minuten Zimmer dekorieren. 20 Dekoartikel haben wir bestimmt bald gefunden. Zerstöre zehn Büsche kann ich noch nicht. 12.000 Schritte habe ich bestimmt auch bald. Und 700 Angriffe. Es wäre cool, wenn man sehen könnte, wie viel man bereits gemacht hat. Aber ist ja egal. So. Wir haben alles, was du benötigst, Farmer. Hast du die Baumwurzeln gesammelt? Und eine Beere? Wo sollte ich denn eine Beere herkriegen, falls ich jetzt keine hätte? Hm. Vielleicht ist es sogar optional hier. Könnte ich mir gerade vorstellen. Ja. Ich habe alle Sachen gefunden. Übergebt Baumwurzeln und Beere. Dann kann ich die Wurzeln zubereiten und sie Miltank geben. Ich danke dir vielmals. Hier. Beim Anbauen auf meinem Acker habe ich das hier letztens gepflückt. Wundersaat. Oh. Ich gehe mal rüber. Miltank sollte in Kürze wieder vollständig gesund sein. Durch Wundersaat lädt sich die Spezial-AP doppelt so schnell wieder auf wie vorher. Habe ich aber nicht im Inventar, nein. Okay, ich fände es gut, wenn ich jetzt wenigstens noch eine Flasche Kuhmilch bekommen würde. Das wäre der Wahnsinn. Durch dich ist Miltank wieder gesund. Vielen Dank. Miltank geht schon viel besser. Vielen, vielen Dank. Ist wieder völlig gesund. Naja, ich nehme Karpi schon nicht weg. Oh, verdammt. Ich hätte doch so gerne eine Flasche Milch bekommen. Was war das? Verdammte Scheiße, das junge Blark. Was zum... Was hast du getan? Ich habe das Milch dann geschlachtet. Das Fleisch ist nun wieder gut und kann verzehrt werden. Krankes Fleisch sollte man nicht essen. Deswegen musste es erst wieder gesund werden, bevor wir es verzehren. Und liebe Miltank-Axen, die sind super lecker. Hätte ich gewusst, dass ihr es schlachtet, hätte ich euch niemals geholfen. Ich glaube, du solltest jetzt schnell verschwinden, Jungesfraulein. Sonst bist du die Nächste. Raus! Ey, verdammten Penner. Nein, da gehe ich nicht mehr rein. Ihr verdammten Penner. Und da ist wieder ein Deko-Artikel. Verdammte Penner, ey. Schlachten die das letzte Miltank. Nein, natürlich, sie müssen auch was essen. Das ist mir auch klar, aber trotzdem. Auch Bisse von Gift-Pokémon können zu einer Vergiftung führen. Mit einem Gegengift kannst du die Vergiftung eines Pokémon beheben. Ja, ein Gegengift habe ich. Heißt, hier wird es jetzt Gift-Pokémon geben. Ja, hier ist auf offenem Feld, kann man gut kämpfen. So, dann haben wir hier die Arena. Jasmin. Abgeschlossen. Puh! Oh Gott! Oh? Was hat dich... Hab ich für Infizierte gehalten? Hä? Was ist los? Hast du dich etwa kurz erschocken? Ja, hab ich! Hab gerade kurz die Flatter bekommen. Hehe. Hm? Ein Plausch mitten auf der Strasse zu halten, ist nicht gerade sicher. Weißt du was? Ich mach mal eine spontane Entscheidung. Du siehst sehr nett aus. Ich glaube, du bist in Ordnung. Ähm, glaubst du? Ja. Ich habe gute Menschenkenntnisse. Ich würde dich gern zu unserem Safe-House bringen. Dort können wir ungestört reden. Na schön. Ah, die haben auch ein Safe-House. Wunderbar. Ja. Sieht mir irgendwie altbekannt aus. Hehe. Na gut, ein kleines bisschen. Da wären wir. Unser kleines, aber feines Safe-House. Zeit für mich... Äh... Erstmal vorzustellen. Ich bin Jasmin, die Arena-Leiterin von Oliviana City. Und du bist? Ich bin Christa. Und bin Pokémon-Trainerin. Ich komme ursprünglich aus Neuborgia. Aber bin spontan in Teak City, auch in einem Safe-House, umgekommen. Hm, okay. Aber wenn du in Teak City ein Safe-House hast, warum bist du dann hier in Oliviana? Nun, ähm... Uns fehlen noch einige Leute und Ressourcen. Deswegen bin ich nach Oliviana City gekommen. Um wenigstens einen Arzt oder Sanitäter aufzutreiben für unser Safe-House. Ach so. So sieht es aus. Hm. Alles klar. Am besten stelle ich dir erstmal die Leute hier vor. Nun, der junge Herr zu meiner Linken ist Toni. Man sieht ihm schon an, dass er gern Punk hört, nicht wahr? Jo, was geht's? Und hier haben wir noch Veronika. Sie ist für das Ressourcenmanagement zuständig. Uhu. Was ist denn mein Süßes in Divi? Hey Divi! Divi, Divi! Hallo ihr beiden. Mein Name ist Christa. Freut mich, euch kennenzulernen. Christa, ich habe medizinische Grundlagen in einer Medizinschule erlernt. Aber leider ist es mir nicht möglich, dass ich mit dir komme. Sorry. Hm. Und deine Leute hierher einladen kann ich auch nicht. Sonst wird es hier viel zu voll. Denn wir erwarten bald weitere Besucher hier. Und was ist, wenn ihr zu unserem Safe-House nach Teak City kommt? Auch nicht möglich. Ich muss hier in Oliviana City bleiben. Das ist sehr wichtig. Hör zu. Ich hätte einen Vorschlag. Du scheinst draussen sehr gut mit deinem Entivier überleben zu können. Unser Schwarz-Curt, Hengis, hat von hoher See ein Notsignal empfangen. Scheinbar sind ein paar Überlebende unterwegs nach Oliviana City. Er ist zum Strand auf Route 40 gegangen, um dort die Lage zu überprüfen. Ich weiß, dass er sich gut selbst verteilen kann. Aber man kann nie sicher genug sein. Würdest du zum Strand gehen, um ihn dort zu unterstützen? Dann könnte ich schauen, was ich für dich tun kann. Es sind gerade nicht so viele Infizierte in Oliviana City unterwegs. Von daher sollte das absolut kein Problem sein. Ich weiß nur nicht, wer diese Leute sind. Daher wäre es sehr wichtig. Ähm, na klar, kein Problem. Mach ich gerne. Vielen Dank. Ich muss jetzt aber nochmal dringend weg. Hab noch Wichtiges zu erledigen. Toni und Veronica halten hier die Stellung. Bis später. Okay. Am Stand auf Route 40 sollten neue Überlebende ankommen, weißt du? Ich habe mich natürlich darum gebeten, das mal zu überprüfen. Ja, ich gehe ja gleich. Jo, Christa. Am Stand auf Route 40 ist unser Schwarzgott Hengis. Check mal ab, ob alles klar dabei bist du. Naja, du mich auch. Machen wir. Wir checken natürlich nochmal jedes Gebäude. Abgeschlossen. Oh, wird gepunktet. Schön. Ein Fernseher. Unter ihm sind eine Menge Videokassetten über das Angeln zu finden. Aha. Tagebuch des Anglers. Lesen. Ja, mach mal. 21. November 99. Ich habe seit meiner Geburt in der Sino-Region gelebt und Blitzach ist meine neue Heimat. Aber ich bin für dieses kalte Klima einfach nicht geschaffen. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, diese Region zu verlassen. Ich träume von einem Ort, in dem man viele verschiedene Fische angeln kann. Besser als hier kann es ja nicht werden. Ich werde mich mal informieren, welche Orte in Japan in Frage kämen. 9. Dezember. 99. Nach längerer Überlegung habe ich mich dafür entschieden, nach Oliviana City zu ziehen, welches in Joto liegt. Es ist ein schöner Ort, mit weitem Blick aufs Meer. Für Angler wie mich ist das das Paradies auf Erden. Ich werde also so schnell wie möglich in die Wege leiten, um dort eine Wohnung zu mieten. 16. Februar 2000. Der Umzug nach Joto hat viel Zeit gekostet, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Die Leute hier sind sehr nett und der Ausblick aufs Meer ist ein Traum. Weit am Horizont erkenne ich die sagenumwobenen Strudelinseln. Welche Pokémon dort wohl heimisch sind? 1. März 2000. Ich habe mich inzwischen ganz gut eingelebt und ich bereue den Umzug nicht. Von Oliviana City aus kommt man überall hin. Ducatia City ist direkt um die Ecke und man kann dort super einkaufen gehen. Außerdem fährt hier sehr oft eine Fähre nach Kanto. Sollte ich mal ausnutzen, um weitere Städte zu besichtigen. In ein paar Wochen fährt die nächste Fähre in Richtung Orania City. Vielleicht schaue ich mir diese Stadt mal an. Ich pflege momentan sehr viele soziale Kontakte. Ich komme aktuell nicht dazu, viel zu schreiben. Aber die Leute hier sind einfach klasse. Ich bringe Leuten bei zu angeln und verschenke ab und zu auch Angelrouten an reisende Pokémon-Trainer. Auch sie sollen in den Genuss vom Angeln kommen. 17. März. Heute bin ich von irgendwelchen Rüpeln angerempelt und dumm angemacht worden. Alle haben sie eine schwarze Uniform getragen. Gehören die zu einer Organisation oder Sekte? Ich weiss es nicht. Ich habe mich zurückgehalten. Morgen fährt die nächste Fähre los. Und ich habe mein Ticket schon im Vorfeld gekauft. Sollte also morgen ein ereignisreicher Tag sein. 18. März. So eine Scheiße. Die Fähre ist ohne mich. Gen Orania City losgefahren. Ich habe die grosse Schiffsfahrt verpasst, weil mich so ein junger Rotzlöffel mit knallrotem Haar gerammt hat und dann mein Ticket ins Wasser gefallen ist. Ein junger Typ mit knallroten Haaren. Wäre das wohl sein könnte. Tja, kein Ticket, kein Einlass, wurde mir gesagt. Ich könnte aus der Haut fahren. Ich habe mich doch so sehr gefreut. 19. März. Es fahren erstmal keine Schiffe mehr nach Kanto. Das wurde mir am Pier gesagt. Scheinbar gab es einen Zwischenfall auf dem Schiff, das gestern nach Kanto gefahren ist. Man wollte mir keine genauen Details nennen. Ha, vielleicht habe ich doch Glück gehabt. Wer weiss. Weil ich nicht einfach nur zu Hause rumhocken möchte, habe ich mich entschieden, selbst eine kleine Reise zu übernehmen, zu unternehmen. Mein Mann Tags wird mich rüber nach Anemonia City bringen. Für diese kurze Strecke sollte das reichen. Hab gehört, dort soll es wohl auch ganz schön sein. Ich hoffe auf einen erholsamen Urlaub. Scheinbar ist er seitdem nicht mehr nach Hause gekommen. Ob er immer noch in Anemonia City ist? Vermutlich ja. Ich würde sagen, wir nutzen dieses Haus gleich aus, um zu speichern. Und dann würde ich sagen, Leute, das war es erstmal für heute mit Pokémon Nightfall. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!